Ah, ich finde wieder so viel Müll, ey. Was machen wir mit dem CD-Player? Aber ich nehme wieder einfach mit. Den brauchen wir doch keinen Schwein. Da haben wir schon einen. Da kann man mit Sachen machen. Ja, was kann man damit machen? Musik hören. Ach, toll. Ja, das darf ich doch nicht. Das wird nur verboten. So, jetzt gehe ich da hoch, Alter. Jetzt kriege ich aufs Baul. Oh, das ist hier drin. Oh Gott, das sind drei. Ihr seid ja ganz woanders. Es waren drei Stücke hier drin. Was ist das bei dir? Naja, das sieht so aus. Ich würde sagen, lass uns mal ein bisschen stattgucken mit dem Auto. Einfach nur mal durchfahren. Ich bin vorne ansteigen. Und dann gucken wir mal, wo wir speziellen Loot bekommen. Hast du was zum Heilen für mich? Quartal, guck gleich, da kommen gerade Zombies. Oh, die ist einfach ultra geil. Die Pumpgun, ey. Warte, da kommt noch einer. Die ist Hammer, ey. Ich liebe... Oh, da kommt noch mehr. Besonders geil ist auch, wenn die genau hintereinander laufen. Riecht ihr die beide? Ja, mit einem Schuss habe ich schon gehabt. Aber irgendwie leckt... Oh, ich muss nachladen. Irgendwie leckt es gerade. Dann klappt das nicht so gut. So, Hammard. Ne, da kommt noch einer. Wir brauchen Heilung. Ja, ich muss mich auch verbinden. Aber irgendwo kommt... Ich sehe die immer nicht. Ich sehe auch noch keinen. Ich höre nur. Nur wir warten da. Komm, wir warten jetzt, bis Nasser fertig ist. Ich verbinde mich. Bis ich die gesehen habe, habt ihr die immer alle schon getötet. Ich verbinde mich mal. Da kommen noch zwei von vorne. Oh, 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 oh. Ich habe nicht nachgeladen. Ich durfte... Wo ist das drin? Da kommt noch einer, Nasser. Da läuft... Läuft der weg? Ne, da kommt der einfach uns zu. So, ich habe mich verbunden. Brauchst du was zu verbinden? Ja. Hier, ich schläge dir mal was hin. Ich wollte auch mal schießen. Wie willst du viele? Ich wollte auch mal schießen. Ich bin viel zu langsam dafür. Hast du was hier gelegt? Ja, hier bei mir. Bams. Wir sollten ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, ich habe nicht mehr so viel Moon. Äh, ich auch nicht mehr. Ich habe 15 Schuss noch. Ich habe nicht... Und sieben in der Kanone. Also nicht mehr viel. Ich traue mich gerade nicht zu gucken, wenn ich jetzt bin. Ich habe noch sechs Schuss. Und sechs in der Kanone. Okay, dann go. Amen, da noch. Komm, Spatz. Schade, dass man während der Fahrt nicht schießen kann. Das wäre auch noch richtig geil. Woh, fahr du mal. Ich will mal in den Rauchen gehen. Moment. Ich will nur gucken, ob die was Schönes haben. Wenn die was Schönes haben können, ist mir, weil ich habe es schon angelegt. Ist da auf dem Dach? Warte mal. Einer ist oben im Gebäude drin. Da hat wieder einer was außerhalb des Autos hingelegt. Also Schießpulver. Das war ich nicht. Das würde ich niemals tun. Ach, die zackrat. Jo. Das ist ein herrliches Spiel. Ich mag es. Ich kann ja jetzt nicht helfen, wenn ein Zombie kommen. Bis ich ausgestiegen bin. Bin ich eingestiegen. Warte, ich steige lieber aus. Ah, da ist eins. Okay. Fahr los. Ja. Fährst du? Oh nein, ich will nicht fahren. Da musst du auf der anderen Seite einsteigen. Nein. Du stehst doch vom Zaun. Komm da. Hallo. Guck mal, der hält sich bei dir fest. Ich gucke jetzt nicht. Wir haben mal kurz die Stadt ein bisschen herkunden. Fangen wir hier. Supermarkt, oder? Sieht sehr nach dem Supermarkt aus. Ich habe irgendwie die Ansicht gewechselt. Hier ist eine Polizeistation. Ja. Hier kommt mal ein Zombie. Da gehen wir hin. Jetzt ernsthaft? Hier sind noch ein paar Zombies, ne? Ja, aber da hast wahrscheinlich Munition drin. Ich sehe direkt einen auf 11 Uhr und einen auf... ...drei. Oh nein, ich bin ausgestiegen. Oh, ein Scheiß. Da kommen direkt ein paar. Ach, das sind so viele falsche Tasten. Da kommt... Ach Gott, da kommen ganz viele. Da ist eine hinter der Mauer, drei kommen noch. Das ist das Thema... Das ist dann später der Mauer. Das ist immer hinter mir. Scheiße. Scheiße. Ich muss nachladen. Ich muss kurz weglaufen. Scheiße. Das wäre gut, wenn Nasrath da wäre. Scheiße. Ich treffe den die ganze Zeit. Komm rein, das Auto. Das ist irgendwie gerade was schwierig. Scheiße. Du hast dein Kumpel vergessen. Ja, die kann nicht einsteigen. Ich habe kaum noch Muni. Scheiße. So. Scheiße. Ey, die stirbt hier nicht, die alte, ne? So rein ins Auto. Nicht nachladen, rein. Kann ich nicht abbrechen. Es tut mir leid, dass ich mit dem Tast nicht klarkomme. Wenn das jetzt ein Problem wird, höre ich auf. Jetzt ist es leider nicht direkt so zickig. Ja. Wir müssen da gucken, dass wir da nicht drauf gehen jetzt hier. Wir müssen uns so jetzt ein bisschen aushalten, uns alle verbinden. Wir haben alle das abbekommen. Alles gut. Alles gut. Aber hier gibt es richtig viel zu erforschen. Jo. Das Einzige habe ich abfuckt. Es ist das Rocket wie die Sau bei mir leider. Warum? Das ist nicht für eure Unterleitung. Nee, das ist der Rechner. Ich war, der liegt es ja momentan bei 75, 80 Prozent. Trotzdem habe ich derbe Frame Drops teilweise. Internet ist das nicht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Am Einkommen von der Stadt, wo wir eben angehalten haben. Ganz am Anfang mal. Also bin ich hier richtig, bin ich hier rechts? Du kriegst auch schon. Ja. Ja, das Problem ist, wenn wir so schön Zombies umfahren wie jetzt, das hat auch ein bisschen Energie immer vom Auto, oder sowas. Oh ja, danke. Ja, ich wollte es nur mal demonstrieren. Alles klar. Bär auf damit. Boah, ist hier Zombies abhängig. Guck mal, ich will in so ein Hochhaus. Oh ja, das ist auch cool, ja. Wo bist du hin? Ja, hier oben mal kurz hoch. Weg von den Zombies, damit wir uns heilen verbinden können. Okay. Das Problem ist, ich habe noch einen Lumpen. Ich habe zum Wundenversorgen nur eins. Wenn einer braucht, schmeiß ich es hin. Okay, ich brauche nicht. Oh nein. Was denn? Ich bin unterernährt. Ich auch. Ich bin guteressen. Happy Eating auf dich allen. Fröhliches Thanksgiving. Wer gibt? Ah, wieso kann man, wieso muss ich immer das Messer in die Hand nehmen, damit ich die blöden Dosen öffnen kann? Das ist so nervig. Das ist echt doof, ja. Kann man die eigentlich alle öffnen und einfach im Inventar lassen, oder werden die schlecht? Ja, ich weiß nicht, ob die schlecht sind. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach mal. Komm, ist mir egal. Ich habe Antibiotika auch gefunden. Weil es einer mal irgendwie eine Krankheit oder so hat. Der Apfel ist irgendwie eklig. Das sieht bär aus. Antibiotika. Ach Gott, Verletzung behandelt. Ne, das sieht noch gut aus. Ich habe nur Mangel ohne Ende. Hast du? Mangel. Was ist Mangel? Aus sämtlichen Vitamine. Ich nicht. Ja, D ist wieder kaputt. Zucker habe ich aber im Auto. Wasser ist okay. Kohlenhydrate und Zucker brauche ich definitiv, okay? Kohlenhydrate und Zucker. Ach shit, das ist bei mir. Ne, ist das bei uns hinten? War bei mir im Auto. Das ist jetzt eine Truhe. Möchtet jemand Zucker? Ich habe hier noch einen Schokoriegel. Ja. Ja, ich brauche keinen. Ja, ich brauche keinen. Ja, ich brauche keinen. Sicher ist es okay. Danke. Dann nehme ich den. Brauche ich den? Wasser? Wasser? Hätte ich aber noch genug bei, wenn einer braucht. Ich habe auch nur eine Cola oder sowas, wenn wir das brauchen. Ja, die Monate haben wir auch. Die Blettenbraucher zum Beispiel haben wir auch noch. So. Verdammter Apfel. Gucken wir doch mal. Jetzt haben wir ja jede Menge hier unten drin, was wirken kann. Wird schon. Sieht ganz gut bei mir aus. Ja, bei mir wird das jetzt gleich auch so sein. So, dann steige ich wieder hinten ein. Ach, fang ich wieder? Ja, ja, dann bin ich es nicht schuld. Wir sollten vielleicht mal Richtung Lager, oder? Damit wir Muni auf, obwohl wir haben keine Muni mehr im Lager groß, oder? Doch, wir müssen noch welche da haben, eigentlich. Wo sind wir? Wir müssen genau ans andere Ende. Wir sind genau viele mit ihrem Kürtel. Ich esse den. Ich esse den komplett. Das dauert einen Moment. Das ist einfach pro. Ich gehe mal kacken und Pimini machen. Nein. Nicht auf mich. Nein. Das ist nicht normal, ne? Das Akku muss gewaschen werden. Die ist, weißt du, und der kackt aufs Dach. Ja. Aber man hat das gepinkelt, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, man sieht nämlich nichts. Oh, ich habe zu viel gegessen. Schön. Was? Was? Der will ja auf mich kacken. Wunderbar. Schön. Ganz, ganz toll. Schüttelt auch schön dabei. Hast du das gesehen? Ich will dir ja nichts sagen, aber ich stehe relativ weit von Bäumen entfernt. Du kannst beim Kacken vom Blitz getroffen werden. Das wäre jetzt mein Highlight. Ohne Scheiß. Ich bin schön geschützt innen drin. Ich gucke mir das von innen an. Guck mal, da oben fliegt ein Vogel. Ja, ja. Da braucht Blätter und sowas. Was haben wir denn da hin? Ach nee, jetzt ist die Stadt. Oh, okay. Da oben haben wir auch noch ein paar Häuser, ne? Was war das? Wieso war die denn jetzt überanlärt, die Alte? Ich dachte, ich hätte einen Zombie gehört. Guck mal, vorne links. Da sind auch noch Häuser oben. Und da haben wir noch ein Beet. Also ein Feld, kein Beet. Hier links Dreck von uns. Das war rechts. Da jetzt ein bisschen rechts weiter. Ein bisschen rechts, rechts, rechts. So, so in etwa. Da links kommt ein Feld und da oben ist ein Häuser. Da können wir auch mal gucken. Vielleicht fühlen wir da noch mehr zum Schnabulieren. Wir haben auf jeden Fall Mais. Oder auch nicht. Ich möchte in die Stadt weiter gucken. Oh, ein Auto. Das ist ein Auto, ein rotes. Da hast du das Fühle kaputt gemacht. Ja, warum? Holst du ja. Holst du ja. Komm, holst du ja. Ich will kein Auto mehr. Problem ist, ich habe keine Muni mehr. Und da jetzt sind viele Zombies. Ich finde es doch, dass man die Zombies nicht totfahren kann. Ja, kannst. Du musst doch entweder sehr schnell sein oder zwei, dreimal drüber. Funktionierend tut das. Ich habe kaum noch Muni, ne? Ich habe noch die Knarre, deswegen. Habe ich nicht was zum draufkloppen? Ja, doch. Aber das ist jetzt natürlich suboptimal. Warte mal. Gehst du das blaue Auto? Gehst du es? Warte, 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 warte. Wo ist die Knarre? Fünf Schuss habe ich noch. Aber ich hätte hier noch zwölf. Ich habe auch nicht mehr viel. Wow. Na, ein bisschen habe ich noch. Komm. Soll ich dir helfen oder geht's? Da ist hier nichts mehr. Alle Platz? Ja. Oh, hier sieht es gut aus. Mal gucken, warum ich das finde. Warte Kabel und... Oh, hier sind Maschinen zum Bauen. So eine Werkbank. Ganz viele drinne. Und ich nehme mal... ...Axt mit. Dräht habe ich mal schnell. Schwott. Ein bisschen Schrott muss sein. Aber das ist ja dann auch nicht so weit von unserem Lager hier weg, ne? Ach du, wir haben so viel jetzt in der Nähe, das ist ja... Da können wir uns nicht beklagen, was das angeht. Nicht wirklich. Problem ist nur wirklich, wenn du alleine reingehst... Weil ich weiß nicht, ob man das packt, so ein weiteres. Nö, du brauchst eine Evolution dabei, haben wir ja nicht. Eigentlich solltest du es hinkriegen. Komm, das bitte. Ja, aber das heile. Gut. Du hast das repariert? Gar nicht, das war heil. Aber ich meine, irgendwie geht das mit dem Reparieren tatsächlich. Eisbärtanz, Eisbärtanz. Kommst du? Los, Finien. Das Auto. Hier. Also die Karre hört man doch 100 Meter gegen Wind hier, ey. Hab ich nicht gesehen. Ne, musst du auch hören. Wollen wir in so ein Hochhaus mal reingehen? Hm? Jo. Wir sind hier ja gleich. Ich hätte, ja. Ich fände es mal cool, wenn wir vielleicht irgendwie was aufspüren würden, wo wir Muni finden. Oh, eben war da eine Polizeistation, deswegen wollte man da aussteigen, weil das hat ja nicht so ganz gefruchtet. Gab es hier eine Polizeistation? Ja, da, wo du eben rauchen warst und wieder kamst. Da war die Polizeistation. Ach so. Na ja, jetzt klappt der Verschriebe den Wunsch dafür, dass wir so ein Hochhaus gehen. Nicht mehr viel Muni ist das Problem. Ja, das wollen wir hoffen, dass da keiner mehr drin wohnt, ne? Ja, da drin, mach ich mir weniger Sorgen. Äh, kommst nicht rein. Gar nicht. Du müsstest nicht hier. Hier kommst du rein. Oh Gott, das ist ja langweilig. Aber hier unten ist. Ach geil, was ist das denn? Oh Gott, die kannst du hochkennen. Hier ist der Fahrstuhl. Ich glaub, hier ist eine U-Bahn. Ja? Haben die die schon? Ich weiß nicht, hier geht es. Da soll es ja geben irgendwann. Das liegt stark danach aus. Zumindest, äh, sind die Automaten. Aber ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Wahrscheinlich zukünftig dann. Ich hab eine Bähne und eine Melone gefunden. Also es ist auf jeden Fall was Unterirdisches. Ne, das ist ein Parkhaus. Das ist ein Parkhaus hier unten. Ich hab einen Tag gut gefunden. Wofür sind die Kippen eigentlich da? Da bist du abhängig von. Ne, jetzt ernsthaft, da bist du abhängig. Auch in dem Spiel von, meine ich. Um hier hochzukommen, müsst ihr die Leiter nehmen, ne? Aber irgendwie funktioniert das nicht. Jetzt. Also Betränke, find's hier genug. Essen, trinken, ist kein Problem. Nur Muni ist ein bisschen knapp. Geh mal nach ganz oben, über die Leiter. Mal gucken, wie, was es da oben gibt. Aber du kommst in die andere Stücke nicht rein, weil er die Treppe fehlt. Oh, ich hab einen Kompass gefunden. Geil. Du kommst nach oben rauf durch den Fahrstuhl, Schacht. Wieder. Ja, aber du kommst in die ganzen Stockwerke nicht rein, ne? Ne, leider nicht. Da kann ich ja etwas gehört. Okay. Aber ich guck mal, ob ich von hier irgendwo hinkomme. Ach, hier kommst du in die Stockwerke rein. Du musst bloß, äh, wenn du loslässt, Trine. Ja, aber die 1, 2, 3, 4, 5 sind schon nicht offen. Ne, aber ein paar sind offen. Hat hier jetzt die Maske? Warum? Ich verteile mal ein paar Lumpen hier. Dann hätte ich wieder... Fotze. Ach, wir sollen es kommen. Komm ich jetzt da, oder? Cool. Aber der Balkon ist ja noch ein bisschen gefährlich, ne? Wenn nicht richtig ist das Geländer. Ah, ich bin schon sehr voll. F, drücken. F, einfach loslassen. F, drücken hier. Hier unten. Drück mal F. Ob wir hier ein Auto finden? Das wäre jetzt natürlich cool. Genau. Okay. Jetzt kannst du hier mit mir hochkommen. Hier die Beispiele drin. Ich muss erst mal Pipi machen. Achso. Viel Erfolg. Jo. Verliere ich Leben. Ja, du kannst die Leiter gleich wieder hochgehen, Fede. Jetzt auch nur ein Stockwerk und das war's. Also ohne Blödsinn von dem Thema, was wir vor einer halben Stunde oder so hatten, wegen den Gruppen. Früher, später könnte man wirklich sagen, das passiert ein paar Leute, mit denen man gut klarkommt, sich hier auf den Server trifft. Und da kann man wirklich so zwei Lager aufmachen. Wir hatten das damals zum Beispiel so, dass du dann zu bestimmten Zeiten hast du dann hat sie PVE gehabt und zu bestimmten Zeiten hat sie dann tatsächlich BVP. Ja, hier machen die jetzt zum Beispiel bestimmte Bereiche. Die sagen B1 ist PVE und C1 ist nur PVP. Das können wir auch. Und das sind aber die High-Loot-Gebiete, ne? Ja, ach, das war jetzt einfach nur irgendein. Ja, es gibt ja auch die Events, die man hier machen kann, ne? Das war jetzt nur irgendwelche Sachen genannt. Hab ich auch noch nie mitgemacht, wenn ich ehrlich bin. Die Events können wir auch schade. Also ich bin... Alter. Theoretisch, ja. Ich wäre davon nicht abgeneigt. Aber du kommst hier noch hochgehen oder musst du mir die Leiter nehmen? Ja, ich bin die Leiter am Hüftklettern. Also falls jetzt wer zuschaut und Bock hat mitzumachen, meldet euch bei uns in den Kommentaren oder im Forum. Hast du hier geguckt auf dem Stockwerk? Ja, war ich schon. War nix? Ja, nee. Nur ein Zimmer. Ach, langweilig. Die sind langweilig, die Hochhäuser. Forum einfach auf www.zweizwocken.de. So, jetzt haben wir es. Ja, man muss ja, ne? Haben wir das eigentlich? Haben wir nicht, ne? Hier haben wir nur... Zack. Oh Gott, das war der Kleine, der wird so assi. Die, ne? Ja, das dauert lange. Ja, mach dir mal. Ich gucke mich immer noch im Auto um. Oh. Immer noch. Ich würde gar nicht mehr ein bisschen hoch. Ach doch, hier bin ich hergekommen. Ich gucke mich immer noch im Auto um.